Sport für Liebesauftritt von Michel und 25 Jahre jüngerem verlobten Fremdschirmen pur. In Florian Silbereisens Schlagerbohr machten sie ihre Liebe publik. Nun teilten Michel und Erik Philippi erneut einen persönlichen Moment in der ARD-Show. Im April 2023 feierten sie ihre Liebespremiere bei Florian Silbereisen, in der ARD-Show Schlagerbohr umdraten Sängerin Michel und ihr Kollege Erik Philippi erstmals ganz offiziell als Paar auf. Rund ein Jahr später verkündeten die beiden Musiker in einer anderen Sendung des Moderators vor laufenden Kameras auf der Bühne ihre Verlobung. Nun wurden die Schlagerbohr-Umzuschauer erneut Zeuge eines sehr persönlichen Moments zwischen ihnen. Nachdem Michel in der Live-Show am Samstagabend einen ihrer Songs präsentiert hatte, wartete Florian Silbereisen mit einer Überraschung auf sie. Erik hat für dich einen ganz besonderen Song geschrieben, in dem es um die 9000 Tage geht, die du ihm im Leben voraus bist, erzählte er der Sängerin, der sofort Tränen in die Augen schossen. Wir sind durch sehr viele harte Zeiten gegangen. Seit ihre Beziehung publik wurde, haben Michel und Erik Philippi mit anhaltender Kritik zu kämpfen, vor allem wegen des Altersunterschiedes von 25 Jahren. Michel ist 52, Erik 27. Wir sind wirklich durch sehr viele harte Zeiten gegangen, offenbarte die Sängerin. Am schlimmsten für sie waren die Meinungen der Menschen, die sehr auf uns drauf geprügelt haben und keine Ahnung davon haben, wie sehr wir uns wirklich lieben und wie sehr wir zusammengehören, betonte sie. Das machte ihr Verlobte in seinem Lied noch einmal deutlich. Am Klavier schang Erik Philippi Zeilen wie wir wussten, wir haben uns gesucht und gefunden. Gefunden, was nicht jeder versteht und ich fühle Unendlichkeit, in jeder Sekunde mit dir. Michel wurde während des Auftritts von ihren Emotionen überwältigt und selbst Florian Silbereisen gestand. Danach, ich habe ja mitgeheult hier, was für ein schöner Song. Während sich auch zahlreiche Zuschauer im Publikum vor Ort die Tränen der Rührung aus den Augen wischten, kam die Performance vor den Bildschirmen weniger gut an. Muss so etwas Intimes denn immer öffentlich ausgeschlachtet werden? schrieb ein User beim Kurznachrichtendienst X. Die machen ihre Liebe doch mit jedem neuen Lied zu Geld, kritisierte ein anderer. Zudem hagelte es spott wie fremdschirmen pur, was ist das peinlich oder richtig unangenehm schnulzig. Auf ihren Instagram-Profilen, wo Michel und Erik die Szenen aus der Sendung teilten, bekommen sie hingegen viel Zuspruch. Die Fans feiern die beiden Musiker und ihre Liebe. Ihr seid ein Vorbild oder ich kaufe euch jedes einzelne Wort ab, ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Zum Thema Hochzeit hält sich der Saal in der allerdings bedeckt, Da dürft ihr gerne spekulieren, auch sehr lange spekulieren, denn das wird auf jeden Fall privat bleiben. Punkt außerdem äußerte er sich auch zu Zusammenarbeiten mit Howard Carpendale, Florian Silbereisen, Beatrice Aigli, Ben Zucker und eben seine Partnerin Michel. Diese beschreibt er als tolle Künstler und Idole, die mich über die letzten Jahre geprägt haben. Vielen Dank.